Willkommen zurück Ich würde sagen, machen wir mal die nächste Mission Wer sieht, haben wir neue Klamotten Wo ist die Mission? Walsch da Kein Ziel ist unerreichbar Aus dem Weg Weg Wo zum Teufel ist Duchenneau? Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen Ist die Kathedrale gesichert? Oui Monsieur Gut, sag sie wer, ich warte drinnen auf ihn Überall Gelegenheiten Du musst sie ergreifen Ihr Kommt mit den Schlüsseln zurück Diebe Und wenn alle strenger reißen Warum opferst du dich nicht für die Sache Dein Leben für seins Bis zu alter ihr War das der levantinische Weg Du meinst mit deinem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft Ich mache es auf meine Art Tu, was du willst Assassine Der hat eine große Fresse, ey Das gebe dir Gründe für Klinge halten, sagen Ich höre mal den Spaß, ey Monster Willst du runter hier? Schönen alle kühlen hier. Das ist ein bisschen einfacher Fortschritt. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Fortschritt, Fortschritt. Oh ja, jetzt mal hier hoch. Aber ich denke mal, wir werden hier nicht so leicht rumkommen. Oh, er lässt uns das stimmt hier hin. Aufhören. So, und ich natürlich gleich hinterher hier. So, Attentatser aus einem Versteck. Attentatsgelegenheit. Oh, ich kenne schon die krasse Musik hier. Oh, der kommt. Gerade richtig. Oh, umgefallen. Oh, das hört stark ausgetun. Geil. Kann den Arsch nicht umgehen, Alter. Verschwinden. Ist nicht gut für die Truppe, nicht. Hm. Okay. Oh, erledigt. Bevor wir den Spassi da kühlen, gehen wir noch den hier. Was steht da denn? Hm. Gucken wir über den. Wo geht er hin? Wo geht er hin? immer die beste hier aber ich bekomme ihn nicht ins visier jetzt aber die gelegenheit Wartet hier, es darf uns niemand stören. Wunderbar. Monsieur Latouf, ich möchte den König der Bettler sehen. Alles gut, die kommen von oben. Die Intrigen von Ratten? Großguriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter? Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Quiver, Konflikte! Ach, guck mal. Einen Moment mal. Du hältst uns nicht auf. Aber du hältst mich auf, oder was? Boah, ist der Rat, denke ich doch, was ist das? Bevor ich das Gebiet hier verlassen, erinnere. Ja, genau, schön aufräumen. Hey, du hast mich nicht aufstechen, Alter. Oh, was ein Honk, Alter. Jetzt wirst du's nicht töten lassen. Achtet auf, finden Sie! Ich werde mich finden! Du wirst es bezahlen, ist es nicht gut! Weil die hier sind total hartnäckig alle. Aber dann hier schon nicht. Ja, 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 ja. Jetzt will ich einfach hier so abstechen. Gucken, was war hier... Hier vorne rum. Äh, hallo. Seid mal hier vorne eine CBO-Kufen für 20.000 Euro. Das ist jetzt hier nicht so optimal, oder was? 2 Zahnräder füllen, in diesem... Ich muss... Oh, was. Noch, noch. Ey. Wo finden wir diese verfickten Zahnräder? Oh, was. Hmm. Hm. 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 und der hier durch boah warum denn hoch ey auch jetzt muss man andere aufnahmeprogramm besorgen krankheit hier durch die scheiß an Ich bin mir so schön. Ich bin mir so schön. noch nicht Ich kiech durchschtet an, ey. Scheiße, ey. Ja. Hätten wir durchgeschafft. Oh, da rein. Bis dann. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's. Los. Siehst du es? Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Deacon, das hilft uns nicht. Na ja, dann machen wir das noch ja schnell und jetzt warten. Kein Kommentar dazu. Kein Kommentar dazu, ne. Wo ist der Klasse Portal? Ja, äh. Oh, Mann. Mach der zu viel. Hoffe. Das Signal ist stabil. Gut. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Gut, machen wir uns für den nächsten Part weiter runter rein. Aber diesmal bin ich weg. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017